Sollte man, ja. Es werden so Jeep Safaris angeboten, aber wo ist da das? Aber die haben auch solche Wege dafür präpariert. Über Stock und Stein dürfen sie nicht fahren. Die haben so Wege dafür. Da gibt es die Safari-Tours. Also das geht dann ab von der Straße? Es geht von der Straße ab und dann gibt es so Wege dafür. Okay. Ach, kurte Touren gibt es mit so kurzen Fahnen. So ein bisschen wie im Böste hier, ne? Ja, ja. Seht ihr? Und die Wände noch immer, wir sind immer noch im Krater drin, ne? Man sieht diese Wände schön vor uns noch.